Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Spessart. Ich bin's Julia. Hi, ich bin Christian und zusammen sind wir JB Copter. Und wir wollen euch einfach heute mal zeigen, was wir machen, wieso wir diesen Kanal starten. Allgemein zeigen wir euch einfach Videos von unseren Drohnen, die wir selber bauen. Vielleicht für Interessenten, die in das Hobby Drohnen hereinschnuppern wollen. Was wir auch noch machen, sind Tutorials, wie man eine Drohne selber bauen kann, wie man sie programmieren kann, wie man die Fernstehung anleeren kann. Wir wollen euch einfach zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, eine Drohne selber zu bauen und man sich dadurch sehr viel Geld sparen kann. Ja, heute sind wir mit einer Phantom unterwegs. Um einfach hier Landschaftsbilder zu machen. Wir haben uns heute tolles Wetter rausgesucht, das ist strahlender Sonnenschein. Ich splitte die Sonne. Wir haben ein bisschen Schnee, hier oben zumindest auf dem Berg, unten im Talik Nixmeer. Außerdem könnt ihr uns in Instagram folgen, auch unter dem Namen JVCopter, hier unten eingeblendet. Oder auch in Twitter unter JVCopter. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns natürlich. Daumen hoch. Daumen hoch für uns. Wir würden uns freuen und dann seht ihr natürlich auch viel mehr von uns. Also, let's go. Vorabschnittsbilder Musik Untertitelung. BR 2018